Die besten Apple Black Friday Angebote Momentan findet wieder einmal der alljährliche Black Friday statt, der mit satten Rabatten und Kaufangeboten lockt, die man den Rest des Jahres kaum mehr in dieser Form findet. Aufgrund dessen haben wir vier Apple-Produkte für dich herausgesucht, die sowohl für dich selbst als auch unter dem Weihnachtsbaum deiner Liebsten eine große Freude bedeuten. Gerade durch den hohen Preis, aber auch durch die hohe Qualität der Produkte lohnt es sich, hier auf Schnäppchen zu hoffen. Wer weiß, vielleicht ist ja für dich auch ein Produkt dabei. Als erstes haben wir für dich die Apple AirPods Pro vorbereitet. Diese bekommst du am Black Friday mit einem Rabatt von 30% für unter 200 Euro. Der einfache Zugriff, der bei Apple-Produkten über Kopplungen der Apple ID und über Siri erfolgt, sucht seinesgleichen und wird von Konkurrenzprodukten immer wieder imitiert. Im Paket werden dir drei verschiedene Silikonaufsätze geliefert, die sowohl für kleine als auch für große Ohren die ideale Passform gewährleisten sollen. Einmal durch das Ladecase vollgeladen hält der Akku der AirPods bis zu 24 Stunden, ohne erneut Strom zu brauchen. Das aktive Noise-Canceling sorgt genau dann für Ruhe, wenn du sie am meisten brauchst. Die Sensoren innerhalb der Pods erkennen Geräusche von außerhalb und überdecken sie unauffällig, sodass deine Umgebung dich nicht ablenkt. Egal ob beim Sport oder am Pool, vor Spritzwasser und Schweiß bist du ebenso geschützt. Schwimmen gehen empfiehlt sich mit den AirPods nicht, aber durch einen Tropfen Wasser gehen sie nicht gleich kaputt. Für 200 Euro bekommst du also Zuwachs in deiner Apple-Familie, inklusive individuellem Hörerlebnis und erstklassigem Sound. Den Link zu dem Angebot findest du in der Beschreibung. Wo wir schon bei Gadgets sind, können wir gleich bei der Apple Watch weitermachen. Die Smartwatch der Apple-Familie ist seit einigen Jahren ziemlich berühmt. Die Series 6 mit 44 mm Bildschirmdiagonale kommt mit einer großen Menge an Sensoren daher. Der GPS-Sensor dient nicht nur als Navi an deinem Handgelenk, er hilft dir auch deine Laufstrecken aufzeichnen zu können und so deinen Fortschritt zu überwachen. Der Herzrhythmus kann durch eine App überwacht werden, ebenso wie der Sauerstoffgehalt im Blut. Durch die Messung des Sauerstoffgehalts kann deine kardiovaskuläre Fitness überprüft werden. Deine Regeneration wird ebenso durch Sensoren getestet. Wie schläfst du? Welche Phasen durchwanderst du, während du schläfst? Und was muss optimiert werden? Auf all diese Fragen hat die Apple Watch Series 6 eine Antwort. Zusätzlich kannst du durch deine Apple Watch alle Infos erhalten, die du auch auf deinem Smartphone empfängst. Egal ob Nachrichten, Termine, Anrufe und Deadlines, über das Display an deinem Handgelenk hast du alles im Blick. Den Link zum Black Friday-Angebot findest du in der Beschreibung. Zu einer Smartwatch gehört in den meisten Fällen auch ein entsprechendes Smartphone. Auch hierfür haben wir einen Artikel für dich gelistet. Das Apple iPhone 12 in der Version mit 128 GB Speicherplatz kostet normalerweise über 900 Euro, lohnt sich aber definitiv. Knapp über 6 Zoll Bildschirmdiagonale bilden genug Fläche, um übersichtlich und trotzdem groß genug für jeden zu sein. Das Retina-Display bietet eine hohe Helligkeit, das verbaute Glas ist besonders hart und wurde sehr widerstandsfähig konzipiert. Auch bei den Kameras kann das iPhone 12 einiges vorweisen. Neben einer 12 Megapixel Doppelkamera und einer Night Vision Kamera, die ebenfalls über 12 Megapixel verfügt, wird euch eine 4K Dolby HDR Aufnahme bei allen Kameras garantiert, sodass du die bestmögliche Bildqualität in jeder Situation für dich nutzen kannst. 5G und zertifizierter Wasserschutz machen das Paket komplett, um ein Smartphone zu bieten, was sowohl hinsichtlich Display als auch Performance und Kompatibilität mit anderen Produkten weit vorn auf der Liste liegt. Um dein Apple-Paket komplett zu machen, gehen wir als letztes zu den Laptops über, speziell zum MacBook Air mit einer Speicherkapazität von 512 Gigabyte. Das MacBook Air verfügt über eine 13 Zoll Bildschirmdiagonale, einen i5 Prozessor der 10. Generation und 8 Gigabyte Arbeitsspeicher. Vier Prozessorkerne bauen die Performance des Laptops untereinander aus, sodass immer Kapazitäten zum Arbeiten frei sind. Bis zu 11 Stunden Akkulaufzeit gepaart mit einem beleuchteten Keyboard und dem SSD-Speicher machen das MacBook Air zu einem vollkommenen Arbeitsgerät. Zwei USB-C-Anschlüsse basieren auf dem neuesten Stand der Technik. Somit hält dein MacBook Air mehrere Jahre Stand, ohne durch ein neueres Modell ersetzt werden zu müssen. Vier Millionen Pixel im Display und eine exzellente Grafikleistung durch die Technik von Intel machen das Paket vollständig. Welche der Apple-Produkte wirst du dir zum Black Friday kaufen? Wir sind von allen vier Produkten begeistert. Lass uns wissen, für welche der Produkte du dich entschieden hast. Wir sind gespannt auf dein Feedback. Bis zum nächsten Mal.